Sie kam, sah und siegte. Jelis Kock, 30, hat sich durch den Container-Knast gekämpft und ist die strahlende Siegerin von Promi Big Brother 2023. Sie darf sich nicht nur über den heißbegehrten Titel freuen, sondern auch über einen Gewinn in Höhe von sage und schreibe 100.000 Euro. rtl.de ist jetzt auch bei WhatsApp. Hier direkt ausprobieren. Jelis Koc verlässt TV-Knast mit 100.000 Euro in der Tasche. 13 Promis haben 16 Tage lang um den Titel gekämpft. Doch am Ende kann es nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Nach einem mehr als dreistündigen Finale hat sich Jelis Koc schließlich gegen den zweitplatzierten Marco Strecker, 21, durchgesetzt. Kein Wunder, dass die Freude bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin riesig ist. Ich danke euch von ganzem Herzen, ich hätte nie damit gerechnet. Ich habe zum ersten Mal im Leben etwas gewonnen, sagte die frisch gekürte Queen unter Tränen nach ihrem Sieg. Doch Jelis gibt sich auch selbstbewusst. Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin. Dank euch stehe ich jetzt hier. Und ich kann es immer noch nicht glauben. Fünf Promis kämpften im Finale um Titel und Kohle. Im Finale kämpften insgesamt fünf Kandidaten und Kandidatinnen um den Sieg in der elften Staffel. Promi Big Brother 2023. Reality-Star Matthias Mangiapane, 40, hatte als erster den Container nach einem verlorenen Spiel verlassen. Paulina Liubas, 26, musste als viertplatzierte die Zelte abbrechen. Und Peter Klein, 56, belegte am Ende den dritten Platz. Wir sind beide Sieger, egal wie das heute ausgeht, sagte Jelis noch kurz vor der Entscheidung zum Mitstreiter Marco. Doch am Ende krönten die Zuschauer sie zur Container-Queen und stolze Besitzerin von 100.000 Euro. Einen Teil des Preisgeldes will sie zum Teil an ihren Arzt spenden, der jährlich nach Ghana fliegt, um dort Menschen zu operieren. Einen weiteren Stück vom Kuchen soll ihre Mutter erhalten, verriet Jelis und gestand, dass selbst sie bei diesem Projekt an ihre Grenzen gekommen sei. Fans haben geteilte Meinung über den Sieg von Jelis Kok. Ihr Kampfgeist hat sich am Ende ausgezahlt, doch die Meinungen der Fans gehen weit auseinander. Während viele Jelis den Titel gönnen und sie mit Glückwünschen im Netz überschütten, finden auch einige, es gab noch nie einen so unverdienten Sieg. Auch ihr Post über den Gewinn auf ihrer eigenen Instagram-Seite hat zwar über 41.500 Likes, doch in den Kommentaren werden viele kritische Stimmen laut. Jelis hat keinen Content geboten. Einfach nur langweilig gewesen und auch aus diesem Grund wurde sie auch nicht nominiert. Da sich die anderen eben die ganze Zeit gefetzt haben. Und am Ende immer nur hinter Dilara gestellt. Schade, dass Dilara nicht merkt, dass sie benutzt wurde. Lautet der vernichtende Kommentar eines Follower's. Zu Unrecht und nicht verdient. Sie hat im Spiel geschummelt. Außerdem dann noch dieser berechnende Spendenkommentar. Und wer den Livestream immer geschaut hat, weiß auch, dass sie unfassbar viel gehetzt und gelogen hat.